Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in Minecraft und mit dabei ist BadBaddy und ich bei ihm dabei. Hallo. Ja, wir spielen jetzt irgend so was Bad Wash heißt es. Ja, genau. Ja, und ja. Ja, sag du. Okay. Und ja, wir spielen einfach Bad Wash zusammen zu zweit. Ich weiß nicht wie viele Runden. Also wenn man mit mir spielt, könnte ich 100 ausgehen in einer Viertelstunde ab. Ja, ich weiß nicht. Ja, und wenn ihr mich bei ihm längst hört, dann ja da oder bei mir Lex von ihm hört, dass ich habe gerade Lex so wie immer und ich hoffe, die Lex. Ja, okay, das hört man. Ja, ich habe es gesagt, ich habe Lex. Ich bin einfach runtergefallen, obwohl ich bin, weil der Blockhunterweg ist. So, okay, wir beginnen jetzt. Ich habe das Bett ein bisschen eingebaut. Alter. Ja, okay, nicht zu viel. Ja, okay, ich weiß, es sind keine guten Blöcke. Äh, ich weiß jetzt nicht, was gut ist bei Ping. Ich habe einfach mal Ping eingegeben. So. Ja, okay, so. Ich baue mich jetzt mal rüber, oder was sagst du? Ich mach schon. Bauen wir uns rüber. Ja? Ja, ich mach schon. Also mach schon, ähm, du Lex da baut ziemlich viel bei mir. Ah, okay, ja. Also, ich baue hier so kleine Teile rein. Keine Ahnung, nicht so. Ich finde, das ist gut. Ja, ich bagge einfach so hart. Okay, du bist runtergefahren. Ich baue mich rüber. Ah, der Blockhunterweg geht einfach immer weg. Ja, das passt manchmal. Ah, hier ist das Eis. Ich habe das Eisen gefunden. Ja, ich habe es schon vorher gefunden. Ja, psch. Ähm, ich hoffe nicht, dass wir grünes Team sind. Nein, wir sind nicht grün. Ah, wir sind geil. Dann wäre ich schon tot, weil der Typ mich sich angegriffen hätte. So. Da geh ich hierher, mach noch Rüstung. Bam, 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 und dann noch Blöcke. So. Passt du dich gerade rüber? Ah, okay, passt. Ich komme. Patrick? Ja, ich hab mich schnell rüber. Oh, no, 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 no. Oh, no, oh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, oh, oh. Brady some pain. Nee, nein, oh, ich bin runtergestoßen worden. Leute, das habt ihr mir schlau. Da kann ich wieder unten, das habe ich es registraten und bevor ich tot bin. Das habt ihr gerade nicht gesehen. Habt ihr gerade nicht gesehen? Was haben wir nicht gesehen? Ah, ja. Das stimmt. Das habt ihr nicht gesehen. Nein, ich meine ich bin mir und ich meine ich bin mir aber ich bin dabei da du hast schon eingebaut gut okay ich verstehe ich ja ein bisschen mehr an der Gegner kommt er kommt gegen der Kopf Patrick der Kopf Gegner ich bin ich bei Wand ich konnte hier ich könnte hier und dann er sieht mich nicht weiter ich baue Wand ja und er ist da ich hab zum Glück Blöcke schnell zubauen zubauen hast du eine Waffe? ja ich habe eine Waffe Patrick nicht zubauen kommt der? ja der kommt hallo 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 jetzt laufst du lässt jetzt laufst du und ich hab Lex das ist jetzt seine Schuld da helfe ich dir jetzt nicht ich hab keine Spitzage und habe mich eingebaut ich hab keine Spitzage das ist jetzt so noch zwei Glöcke ab und dann kann ich mich vielleicht hinten rauf hey wo ist das ganze Gold hier? hier ist ein Gold hier ist Gold okay so ich bin hinten rauf oh hier ist vielleicht nicht Kraft mir auch mal ne Waffe das ist glaube ich besser ich hoffe dass nicht die Grünen denn das Team Grün natürlich ich gehe immer zu den Teams die gerade ausgeschalten sind so ähm ich kaufe mir noch ein paar Blöcke so so ich brauch Blöcke ähm warum ist hier so einweil Leute man merkt meine Lags glaube ich also so ich kaufe mir mal einige Blöcke die werden eh wieder verloren ok ich muss hier noch nein hier ist dein Gegner komm schnell ich habe versucht den zu bauen bett bt 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 www.better.de nein 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 ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn bevor ihr das bett erreicht habt ja wir sind Team gelb ok unser bett aber wir haben es geschafft hier ist 2 Gold ich schenke dir das ich schenke dir das ja was soll ich damit machen Keine Ahnung, macht wer etwas? Ähm, vielleicht kann man gute Blöcke So Ähm, ich kauf mir einen Ich kauf mir einen Leute, seht ihr die Blacks? Ich muss mir Sophia kaufen Okay, nein, ich kauf nicht Sophia Ah, ihr kommt immer mit Knockback-Stick Nein, Mama Nein, Mama Vincent Krieg Nein Nein Ich muss das Bett wieder einbauen und was machst Ich bin Schützer, da kommen zwei Jetzt mach dir mal Ausrüstung Wie, sie kommen zu uns? Ja Ich komm rein, ich geh rein Ich steck mich hoch, dann baue ich dort eine Wand Hat mich ein Ich bin drinnen Ich baue sie ein Nein, ich bin tot Ich bin tot Lauf Patrick, einfach nur laufen Lauf, laufen, laufen Lauf, ich laufe Patrick Ich laufe Patrick Lauf Nein, ich werde abgeschossen Ich werde abgeschossen Ich habe lags Wo sind wir? Ich, ich, ich lebe noch Patrick, ich lebe noch Nein, ich bin tot Wie konnte er mich noch dahin? Okay, die nächste Runde startet vielleicht Ja Ich weiß nicht Ich kann das Okay, okay, es geht weiter Okay, es geht weiter Okay, es geht weiter Also, wichtige Sache Bauen zu Ja Nein, nein, also Wo ist der Spawner? Keine Ahnung Ähm, man sieht schon Man sieht schon Ah, das ist überhaupt schon mal Badwatch Hä, wo ist er? Hä? Ähm, gibt es nicht überhaupt Ah, das kommt hier unten raus Beides Ach so, ja, Hacker Okay, Patrick, wir sollten sagen, was mit Quarry los ist Ähm, sag bitte nochmal, ich habe mich verstanden Was mit Quarry los ist Quarry Ah, Quarry Ja, das Projekt hat begonnen fertig Nein, okay Ähm, ja, das ist das Rollprojekt Das habe ich bestimmt schon mehrmals gesagt Ja, ich glaube nicht Und ja, es hat auch schon begonnen Wir wollten eigentlich dieses Video aufnehmen Über Quarry Ja Aber es hat irgendwie nicht funktioniert Ähm, äh, ich sag mal nichts, Patrick Irgendjemand schafft es nicht, in eine Minecraft-Hub reinzujoinen Ja, wenn es nicht funktioniert und ich habe keine Lust gehabt, stundenlang zu probieren Also, ich bin für das Betteinbauzustellen soweit, habe ich geschafft Ja Also, und du baust dich da rüber Also, ich... Soll ich dir helfen? Ich habe alles verstanden Soll ich dir helfen? Ja, viel helfen kannst du mir nicht, wenn ich immer runterfalle aufs Legs Ich... Ich... Craft mehr einfach Ah, schon wieder runtergefallen Da bist du ja wieder Das geht schon Ich habe ja gesagt, ich bin runtergefallen Alter, das regt mich grad so auf Ich falle einfach runter, weißt du, und ich kann nicht mal Wenn ich dafür etwas könnte, aber wenn ich nichts dafür kann Dann triggert es mich noch mehr Okay, ja, soll ich hier einfach rüber bauen und du... Ja, bitte mach das So Okay, ja, hier, das ist vielleicht eh schon genug eigentlich Hier ist jemand, hier ist jemand Nein Nein Er hat zugebaut Ich habe Spitzhack Ich geh rein Geh rein, geh rein Kill ihn Er hat schon wieder zugebaut Als ob! Er hat mich geduldet Mich auch Er hat mein Bett abgebaut Ah, nein, 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 ich laufe Patrick Patrick Ich laufe runter Nein Ich laufe runter Patrick Patrick Ihr sekelthorf Direkt zum Mittelpauern Dann sich alles holen, was so ist und dann... Also wir bauen den Fluss Ja, weißt du, Patrick, das wäre ja eine gute Idee Aber wenn man immer runterfällt durch Lex, ist das so keine ganz gute Idee Aber ich versuche jetzt einfach noch mal Und wenn ich runterfalle dann, ja, dann wird halt der Computer zerstört B- Oh, no, 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 hohohohoho boxing HeiheBI Bau du dich rüber, bau du dich rüber Patrick, bitte Okay, ja, ich baue mich Ich habe zwei Eisen für dich auch kein eisen kaufen wir haben sagt wir bauen rüber du passt rüber ich war den weg entlang du musst mir nur sagen ja da musst du die mitte ja ich kann gut ich kann in die mitte sagen wir sobald ich habe gegen ja mache ich vielleicht ist das bald schon eingebaut nein doch ein bisschen ja ja nicht das passt schon für die mitte die mitte ich sehe gold oder siehst du alt warte ich das ist ein gutes zeichen ja ich lege wirklich leute das ist ein bisschen unangenehme folge ich habe zu wenig blöcke ich falle runter ich falle runter okay ja man hat gerade die lex gesehen wieder mal so schnell neue blöcke schnell waffe ich habe vier knockback sticks gekauft das mache ich auch immer vier das bringt jetzt vierfach schade das war schon geil da kommt so die loops an 100 lockt bei 1 technologen fixx da ist immer bei uns zu hause da ist jemand ich habe ich habe ihn genutzt ja das könnte ich bei dir auch immer so ja ja macht du machst das schon alleine ich habe ich habe ich habe schnell abhauen ich kann mit der ich habe hier nicht drunter was machst du hier du fallst sowieso wieder runter was ich bin ich bin ich bei dem es kommt ja Patrick das schafft schon alleine ich kann ihn nicht schlagen hat mich runter geschlagen ich bin geflüchtet ich wusste nämlich ich habe ihn genutzt aber er hat unser bett da ist jemand raus können okay kommen wir kämpfen wir kämpfen holen uns ein bisschen ausrüstung blöcke was auch immer ich habe ich habe wir gehen auf grün jetzt ich will rache und ohne pet grün ohne pet ja ohne pet wie willst du das machen einfach aufgehen grün ist gestoppt eine schacke und ich bin geflüchtet ok ich bin geflüchtet ich bin geflüchtet runter und baue dich auf der anderen seite baue dich unten raus und auf der anderen seite da kommt jemand da kommt jemand da kommt jemand ja ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche fest ich brauche fest bist du gestorben ja ich bin perfekt festgebracht bist gestorben man sieht alles auf dem video ihr könnt nicht sagen leute ihr könnt nichts gegen meine skills sagen ich bin mit dir ok der cut geht weiter das wird wahrscheinlich die letzte runde sein denke ich oder wie du immer sagst du kattest warum kattest du nicht einfach und sagt das auch gar nicht ich mache in der zwischenzeit einen weg zu boah heute gucke ich glaube ich auf am abend im anime oh ich habe schon aha nein 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 ich bagge fest ich bagge auf blöcke fest achte mein gegner nutzt vielleicht unser weg wo ist unser bett wo ist unser bett ich sehe unser bett ich baue mich ein ich baue mich ein nein ich bin mein bett und jetzt wurde abgebaut nein nein mein gegner ach der gegner ist da bist du noch am leben ja ich lebe noch was sollst du nur noch 37 blöcke lang wo bist du wo bist du hier oben ich kämpfe nein 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 ich stürm zu dem tot warum steht im chat ich bin afk ich verstehe es nicht ja wegen den lags warst du ne das war schon das letzte mal ist und ich hatte da keine lag ok bist du auch schon tot ne ich bin nicht tot ich kämpfe noch weiter ich kämpfe noch weiter für unsere ehre ich gehe jetzt noch ein team natzen er hat mich mit der faust runter gespissen er hat mich mit der faust runter gespissen Wir sind so schlecht. Ja, das passt schon so. Die letzte Runde, denke ich, wird das jetzt. Ja, okay. Er hat mich einfach mit der Faust runtergeschmissen. Und die letzte Runde hat wahrscheinlich begonnen. Wir sind mega motiviert. Mega motiviert. Okay, Leute, ich mache jetzt mega Jump. Wenn ich den jetzt verkacke, dann... So handeln, okay, egal. So, jetzt schnell noch ein Screenshot von mir. Hier so schön mit dem Pad, das Pump-Nail. So, so. Okay, Jonas, du bist jetzt nicht dran. Ey, ey, ich will auch... Komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell. Schnell ein Screenshot machen. Komm, stell dich neben das Pad, stell dich neben das... Okay, schön ein Screenshot. Ja, das passt so. Yeah. Okay, ich baue ein. Du baust ein. Das hast du dir jetzt nicht erwartet, oder? Nee, habe ich mir nicht erwartet. Bau auch ein. Nein, ich habe ich eingebaut. Ja, du solltest nicht dich, sondern das Pad einbauen. Ich glaube, das hast du falsch verstanden. Ich glaube, das hast du ganz falsch. So, 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 so. Ähm. Dann baue ich eine Spitzhacke, dann baue ich eine Essen. Nämlich 1, 2, 3. Und dann baue ich noch Blöcke, Blöcke, Blöcke. So, so. Alter, ich sah mir das laut. Brauche auch noch Blöcke. So, so, so. Du baust dich rüber, bitte. Hier sind Blöcke. Ja, ich brauche noch Blöcke, habe ich gesagt. Okay, willst du was, Leute? Jetzt wird ganz vorsichtig gebaut. Nicht bauen, das kannst du nicht. Machen wir zwei Spuren. Nein, mach du, mach du, komm, komm, du schaffst es. Schaffst du. Zwei Spuren. Leute, Leute, das wird jetzt wahrscheinlich Zeit drauf. Sag mich, sag mich, sag mich. Er ist als ein Beruf Volke Bauer. Und er hat sich da seit seinem Leben zu ersetzt, die besten Brücken im ganzen Land zu bauen. Nein, nein. Oh, ich habe mich gesehen. Und. Ich habe mich gesehen. Habt ihr das gesehen? Ich habe mich gesehen. Aber, aber es öfters einmal keines passieren, dass auch der größte Profi eine Fehler macht und dann passiert es, dass sie sterben. Ja, ja, passt schon. 2-6 Sunstein. Leute, es ist gerade sehr, es ist gerade sehr dramatisch, was ich hier mache. Es ist gerade sehr kompliziert. Okay. Kann ich dich schlagen? Nein, kannst du nicht. Nein. Ich kann nicht mal, dass ich meine Maus auswählen. So, okay. Okay. Sie sehen, Patrick, wie er weitermacht. Er hat sehr viel Druck auf mich. Ja, ich weiß, wie man das so machen muss. Er muss sich jemanden ficken in die Höhe. Er seht ja seine Augen, wie er schiebt. Er ist so sehr konzentriert, dass in der Schild seine Augen nicht mal was ausmacht. Genau. Gold. Gold. Nein, gegner, gegner. Ah, sorry. Ich wollte bauen, ich wollte bauen. Ja, er nicht lags hat, da kann ich nicht kämpfen. Es tut mir leid. So, ich schaffe das jetzt. Okay, okay, okay. Kein Druck, Johnny. Okay, kein Druck, Johnny. Ah, okay, okay. Kein Druck, Johnny. Okay, kein Druck, Johnny. Jump and Run. Okay, okay. Und jetzt hole ich hier Eis. Und dann mache ich so, dann mache ich 3-6 in Auskauf. Und dann mache ich so, so, so. Und dann mache ich den Jump hier, obwohl es kurz geleakt hat. Und dann komme ich hierher und dann mache ich hier. Kein Druck, Leute. Und jetzt mache ich so, alles ist gut. Und jetzt mache ich hier, craft mir ein Schwert. Ich mache so, dann mache ich so. Es kommt der Gegner. Und dann mache ich nicht so. Und dann laufe ich weg. Einfach lauf, Patrick. Ich laufe, das ist mein Schwert. Das habe ich aus dem Auskauf. Ich laufe, Patrick. Ich laufe, nein, da kommt jemand. Und dann mache ich was. Und, 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 und. Er hat, und, und. Hurra, dramatische Wendung. Und Leute, das war es schon wieder mit dieser Folge. Und wir haben schon wieder keine Win. Und ja. Okay, komm, wir müssen vernünftig verabschieden. Okay, okay. Also Leute, wir hoffen, das wieder hat euch gefallen. Wir haben gesehen, die Patrick seine Brückenbau-Skills ausgepackt hat. Und ja, und ja. Was fragst du jetzt noch? Was sagst du noch? Ich sage es nicht. Ja, auf jeden Fall war es das jetzt mit unserem Video. Ich bagge hier ein bisschen her und bin in der Logi. Jonas ist auch irgendwo in dem Bad Wars Spiel. Ich bin gerade rausgeflogen. Auf jeden Fall war es jetzt die letzte Folge. Seine Stuhl wird rausgekattet, die nicht sehr schön war. Bei mir bleiben alle drin. Ja, dann viel Spaß noch, ich weiterhillen. Bist du noch dran? Gönn dir, gönn dir. Alter, meine Fresse ist in meiner... Digga, meine Fresse ist in meiner Fresse. Das wird eh gekattet. Ja, viel Spaß noch, weiterhillen. Bis zum nächsten Mal.